Was ist Klimaschutz? Mit Klimaschutz meinen wir den Umweltschutz. Wir müssen unsere Erde vor Verschmutzungen schützen, damit wir auch später hier leben können. Wir alle können etwas zum Klimaschutz beitragen. Wir können zum Beispiel mit dem Bus oder mit der Straßenbahn fahren. Auch Fahrgemeinschaften sind hilfreich. Das bedeutet, man fährt nicht einzeln mit dem Auto, sondern es fahren mehrere Personen in einem Auto. Wir können Lebensmittel aus der Region ohne Plastikverpackung kaufen. Was ist der öffentliche Personennahverkehr? Das sind die öffentlichen Verkehrsmittel, die alle Menschen nützen können. Man nennt sie auch Öffis. Dazu gehören Busse, Straßenbahnen, S-Bahnen und Züge. Eine S-Bahn ist eine Stadtbahn oder Schnellbahn. Es gibt auch Regionalbusse. Das sind Busse, die in den Regionen fahren. Sie verbinden meist eine Stadt mit dem Umland. Was ist Mobilität? Mobil sein heißt beweglich sein. Es gibt verschiedene Arten von Mobilität. Eine Art davon ist die Verkehrsmobilität. Wir können mit dem Bus, mit der Straßenbahn oder mit dem Zug fahren. Wir können auch mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Was sind Fahrpläne? In einem Fahrplan können wir nachsehen, wann Busse, Straßenbahnen und Züge fahren. An Haltestellen kann man ein- und aussteigen. Dort findet man auch die Fahrpläne. Es gibt sie in Papierform. Auch die elektronischen Anzeigen geben die Abfahrt bekannt. Auf der Webseite verbundlinie.at oder mit der Bus, Bahn, BIM App können wir auch Fahrpläne suchen. los und Züge ernetzen. Manchmal werden wir noch eine Connecticut-Siegezeugen verabschieden. Geسب die Bahnhof-Siege, beobacht, Viele Leibung неб brave, Vielen Dank.